24 Tage, 24 Experimente. Viel Vergnügen dabei! Guten Tag! Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Haushaltsprodukten eine UV-Geheimtinte herstellen kann. Hierzu löse ich zunächst eine halbe Tablette der roten Saubeer-Badewasserfarbe in 25 Milliliter Wasser auf. Die rote Farbe der Lösung ist auf den Azo-Farbstoff Cushenillerot A zurückzuführen, der in den Tabletten enthalten ist. Nachdem sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, werden nun einige Spatelspitzen Power-End-Färber von Heidmann hinzugefügt, der bis zu 30% aus dem Reduktionsmittel Natrium-D-Thionid besteht. Dabei ändert sich die Farbe von Rot nach Gelblich, da Cushenillerot A durch Natrium-D-Thionid an der Azo-Gruppe in aromatische Amine gespalten wird. Diese Lösung kann nun als Geheimtinte verwendet werden, weil eines dieser aromatischen Amine, nämlich das 4-Amino-Aphthalin-1-Sulfonat, bei Bestrahlung mit UV-Licht fluoresziert. Als Schreibpapier für die Geheimbotschaft verwende ich Papier mit einem höheren Holzanteil, das leicht gelblich ist. Auf dem Papier ist bei Tageslicht die Geheimbotschaft unsichtbar. Betrachte ich jedoch das Papier unter UV-Licht, so entfaltet meine Geheimtinte ihre Lesbarkeit. 24 Tage, 24 Experimente